Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Affen. Neulich in Neufarn. CSU, eine schrecklich christliche Familie. Endlich wieder vereint. Seehofer trifft zu Guttenberg. Spannend. Da ist er wieder Guttenberg, der verlorene Sohn der CSU. Das freut Papa Hotte. Er strebt keine Position an, sondern er will seiner Familie helfen. Seiner CSU. Ach was, seine CSU, ja? Na gut, der muss man echt helfen. Und was sagt man in seiner Familie dazu? In der CSU haben wir Platz für gute Leute. Und er ist ein guter. Wenn man einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann, für diese Familie dann gerne. Und was macht der bescheidene Ex-Doktor jetzt bei der CSU? Kaffee kochen und he-he, kopieren? Hey, auch sie ist wieder da. Heidi Hetzer ist zurück in Berlin am Pariser Platz. Hallo, Mensch! Ja, hallo, Mensch! Fast drei Jahre lang ist die alte Schachtel in ihrer alten Schachtel um die Welt gegurkt. 46 Länder, fünf Kontinente. Heidi Hetzer, so weltoffen, mit 79. Sie mag einfach die Menschen. Also gut, bis auf diese Schwarzen in Südafrika. Die klauen. Die Schwarzen sind nur, wenn sie eine olle Jacke im Auto liegen lassen. Ähm, wie bitte? Die klauen alles. Meine Kette haben sie geklaut, die Scheiben eingeschlagen, das Navi rausgeschlagen, das ganze Auto ausgeräumt, die Tasche geklaut. Also alles. Okay. Das ist die Schwierigkeit dort. Und die Mischlinge sind gut. Wie gut, jetzt hat sich die Hetzer ja entschuldigt. Kann ja schon mal passieren, wenn man zu lange rumfährt in so einem Wagen aus den 30er-Jahren. War sonst noch was? Ach ja, dieses Live-Interview im britischen Fernsehen. Oh, da kommt ja jemand. Hallo! Ach, die war verackert. Ach, und da hinten ist noch jemand. Hallöchen. Ja, nur herein, nur herein. Und drei, zwei, eins. Hallo! Na, jetzt aber wusch, wusch. Oha, das gibt bestimmt Fernsehverbot.